Im Blindfeld geht es wirklich darum, dass man eine Verwicklung von Körper und Geist sieht. Dass nicht nur der Kopf als rationale Instanz des Verstehens betrachtet wird, sondern auch durchaus die Organe, die Innereien und auch andere Sitze des Bewusstseins auch eine Aussagekraft haben. Die Recherchemethoden haben sich auch bei uns sehr stark auf digitale Weisen auch zumindest mit verschoben. Wir sind so vorgegangen, dass wir zunächst in Deutschland verschiedene Künstlerateliers und auch Residency-Programme besucht haben. Und es war eben auch hier das Anliegen, dass wir tatsächlich mal wieder jemanden echt besuchen, den Aufwand auch betreiben wollten, da hinzufahren, den auch für uns vollen sinnlichen Eindruck zu haben. Also wir waren zum Beispiel dann in Berlin, haben dann viele Künstler besucht, dann sind immer zwischen Ateliers mit dem Taxi gefahren, sodass man schnell so viel wie möglich an einem Tag abklappen kann. Und dann hat man wirklich innerhalb von diesen 20, 30 Besuchen, die man in diesen zwei, drei Tagen gemacht hat, erkannt, dass wirklich dann diese Tendenzen zum Thema Glaube und auch zum Thema Körper sich herauskristallisiert haben. Und das hat sich dann nur bestätigt, als wir dann in anderen Städten unterwegs waren. Dass wir alle mittlerweile sehr stark unsere Welt eigentlich über unsere technischen Geräte, die uns permanent umgeben, wahrnehmen. Wie sehr letztlich diese Art von Wahrnehmung uns als Menschen reduziert, weil sie eben nur einen Kanal, eine Form der Wahrnehmung zulässt und ganz viele andere Wahrnehmungsformen auslässt. Eben eine stärker körperliche Wahrnehmung und eben nicht nur mit dem Finger auf dem Handy. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage nach der Gemeinschaft und wie wir überhaupt Beziehung und Kontakt leben können. Und ich denke, die andere wichtige Frage ist einfach die Frage, wie kann Identität überhaupt existieren? Wie kann ein Bewusstsein und ein Vertrauen in das eigene Selbst in einer Zeit stattfinden, in der alles fragmentiert ist, in der alles kopierbar ist, in der alles unendlich wiederholbar ist? Welche Orientierungspunkte gibt es dann auch für den Einzelnen in seiner Identität? Wir wollten dann einen Titel auswählen, der wirklich dieses physische, das körperliche betont, aber dann auch das Immaterielle, das Spirituelle mit sich bringt. Blind Faith ist dann eine Vermischung aus dem Physischen, also Blindheit, das was uns physisch betrifft, und Faith eine immaterielle Idee vom Glaube. Es geht darum, vielleicht ein bisschen Widerstand zu leisten gegen die Mitteln und Medien, die uns zu einer Fläche machen wollen, indem wir sie uns über einen digitalen Bildschirm vermitteln. Der Körper wird dann wieder physisch erfahrbar, indem man auch den eigenen Körper in der Betrachtungsweise mit hineinzieht und auch die Körper von anderen wirklich als Resonanzraum erfährt innerhalb von den jeweiligen Arbeiten.